hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren rundherstrike globale offensive ich mache meine taktik immer in die andere richtung morgen leute für uns kommt der starbund stream das bedeutet ihr könnt ja mal nachgucken wann das hier aufgenommen wurden denn ich streame ja eh alle 500 monate bedeutet ich seht wann ich gespielt habe und wann das hier aufgenommen ist für mich wir spielen morgen starbund als ich das video muss ich noch aufnehmen nein ich muss nachladen ich habe es bemerkt und sorry dass ich dir 17 schaden gewandt habe hast du auch das war sechs ja sechs in zwei sechs sechs in zwei waterfuck ich hab dir so viel schaden gemacht ja ich bin ich bin quasi wegen gestorben ja aber ich habe ein geschenk für dir das regen eine bombe oder was ja auch gute bombe habe ich mich schon immer gewöhnt zum weihnachten ich dachte überhaupt wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine bombe kriege das wird flash und zwei beide haben einen hint ich habe nur einen schuss abgefeuert habe ich einen gekillt nein habe ich nicht bohr gamer nice ich habe einen 25 vor kasse haben wir fast gar nicht verkackt also das lustige ist ich habe einen schuss abgefeuert zwei leute getroffen hast du revolver oder spiegel abend das eine war ein headshot wenn ich wenn der andere nicht davor gelaufen wäre hätte ich ein kill gehabt das freundlich äh na ego wenn wir jetzt richtig krass fulbein können ich hab auch anstatt gekauft orange orange ich bin nicht orange ich bin nicht orange ich bin nicht orange da wo wir sind ja komm ey komm halt von short 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 ROB agreement der hat es fast gerissen ich hab mir Sona 20 schaden gemacht ichparagus ich würde sagen Sona hat 1.000 spielstunden und ein schönes karambit wer wird es kaufen wird es geben einen geschenk verdit price kaufen 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 jaа kaufen saung 책 Samuel uD guck mal nico kann jetzt keinen erkaufen pirate wie schade ist das denn ist ja nicht soll als er direkt Papa new york ja ich bin ich rechtzeitig da bin ich bin jungler ist gesmoket ja einer ist onspot und schießt auf mich wo bist du Einer Connector. Einer hat 84 Hits. Nein! War auf 34. Beide rechts. Ja, beide rechts. Danke, Gamer. Beide rechts seit einer Window. Ja, das war doch rechts. War rechts von dir, muss man ja ehrlich sagen. War rechts von dir, muss man ja ehrlich sagen. Ja, rechts. Rechts ist alles, was CT ist. Äh, danke. Schop. Ist jetzt Ansichtser, ob er falsch schlagt, ne? Können wir kaufen. Slow, B. Let's go, my brothers. Slow. Slow, slow, slow. Slow, slow, slow. Nochmal Gesundheit. So, wenn da ist, ist es... Es ist slow wie möglich B. Ups, okay. Wir sind quasi slow wie möglich B gegangen. Alle. Da musst du noch ducken, Julian. Ist noch langsamer. Sie sind ja auch krass. Duck dich mal. Und dann K. Ich hab jetzt das Gefühl, ihr seid abgelaufen. Höh, mein Kill. Der neben dir gerade auch so. Ich hab jetzt gerade nicht ernsthaft meine Scouter weggebrochen, um mir eine Freie zu holen. Der klaut zu sich einfach. So. Schott. Andere könnte andere gehört sein. Komm zu� B庭. Wir haben sie kaputt. Wir haben sie kaputt. Wir haben sie kaputt. Nein, alles Murphs, alles. Guck, ich hab zwei Kills gemacht, die Runde. Ne, jetzt nur um diese. Verdammt. Jetzt, du warst. Das kann doch nicht sein. Können wir draufen? Ja, da können wir draufen. Wer? Achso, der Ragebann. Ja, wei, wei. Danke. Das ist doch... Das Spiel ist doch schon wieder so selten. What in the Kitchen, I'm Schmoke-Djongel. Deine Diege bewegt sich nicht mehr, wenn du schieb. Hi. Das Geile ist, er sieht nur meinen Kopf, ich sehe nur seinen Kopf. Ich... Zielgenau, also, es ist nur ein Punkt, den ich bei ihm sehen konnte. Genau da habe ich mehrmals drauf geschossen. Nö. Treff ihn nicht. Einer dies macht. A-O-Headshot, headshot. Was? Loll, direkt vor mir. Die Geile sind schon ein bisschen seltsam, will ich nur mal anmerken. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Sind alle global. Komm. Machen vor, okay. Das war gar nicht A's. Ich habe schon einen gekillt. Nicht her. Nicht her. Nicht her. Ach so. Nicht her. Einer der Gegner hat, der hat viel Kipps gemacht. bluscht ihm bluscht ich glaube nicht kaufen oder ich kann immer kaufen ja du kannst immer kaufen weil ich mein kaufen dass er beinhaltet ein diegel ich ich will er nicht so dass manche nach dieser sparen und ich sag's auch noch ja ich weiß eine sp-weiß ich war geflascht die flasche aber ich kann heute mit der mit sich der mädchen und wo 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 da steht jemand bei sterst so da kommt jetzt mal um die ecke Aber er hat nur 2 Gegner, wir werden so abgrundtief verlieren, ich mein es ist 2 CT, aber trotzdem werden wir abgrundtief verlieren. Der ist anscheinend gut der Russians. Der hat auch eine Grafite. Das ist keine Grafite. Das ist was? Grafite. Das ist eine Safari-Mesh in eine Well-Worn Bastelike. Semjul. Voll bei. Sieht doch fast gleich aus. Was? Nee, Grafite und eine Safari-Mesh in fast gar keiner Farbe mehr drauf. So, diesmal hab ich dich. Alter. Du hast mich grad so beschreckt. Du meinst an der Press. Du meinst an der Press. Nur der und die Summe. The fuck! Connector. Fuck, Connector AWP. Den Connector hab ich entdeckt. Den hat er ab 10 HP. Ja, ist trotzdem Connector AWP, Gelma. Da liegt der AWP direkt vor ihr. Die AWP stand im Connector dran. Da hab ich leider gesehen und hab dann nicht geschossen. Die AWP hat 10 HP. Yo! Wahrscheinlich! Alter! Alter! Nice, Emma? Hast du dir das Leben geracket? Hast du mir das Leben geracket? Hast du mir das Leben geracket? Hast du mir keine Ahnung? Ja, hast du mir keine Ahnung. Nice Ones! Boah, der Schuss! Weißt du erst mal durch die Wand schießen! Für siehst du gerne, das ist ein Schussloch. Das ist meilenweit davon entfernt. Ja. Aber es ging in. Erst einmal, da wird schon einer stehen. Naja. Einmal hat es in 500 Jahren funktioniert. Let's go! Let's go Palace! Das hat schon die letzten zweimal nicht funktioniert. Let's go Palace! Das ist alles. Wait for Grimelight and smokes. So. Jungle ist geschmockt! CT1, 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 Münderdiegel! Ja, weis scheine! Oh, weis! Erstmal AK weg, wer! Er braucht schon AK. Und? Der typische Julian. Was denn? Die Situation erhält mich nur an den typischen Julian. Jump'n'Run ist wichtiger als schießen, okay? Einer könnte Windows sein. Extra viele Geräusche machen, wenn ich weiß, wo ich stehe. Nice! Wo denn? Ich kann dir eine kaufen. Ich kann mir selbst eine kaufen. Du kannst mir eine kaufen. Let us win, please. Seh ich aber genauso. Es waren einfach insgesamt so drei mit Bezügen der AK, oder soll ich die eine kaufen? Ich lache. Ab wann ist eigentlich auf Mirage gut? Also, wie viele Runden sollte man als T holen? Äh, fünf. Fünf? Ja, du blockierst mich. Ich gehe jetzt hier durch. Oh shit, ich denke. Unde! Unde holt! Ich bin schon mal in einer Runde richtig. Nester K. Nice. Monster! 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 Oh! Ja! Der Monster war mir wichtiger. Oh, ich hab... Ich hab... LOL! Ich hab mich immer rüber gedreht und hab ihm immer noch Schaden gemacht. No. Can we buy? Yes, we can buy. Natürlich nicht der Volltrottel, der immer stirbt, ohne Kills zu machen. Ich warte jetzt einfach, bis der eine vom B mich mal rusht. Fuck, ich kann keine... Ich bin jetzt drei Runden getötet worden, weil ich einfach immer wieder... Gebt nur mir die Bombe. Throwing a Dicoy! Throwing a Dicoy! Wenn ich mal Kills machen würde, hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Oh mein Gott, ich seh nix. Wenn jetzt Wallhacker kommt, I don't give a fuck. I don't give a fuck. Smoke! Diesmal pusht er mich nicht! Okay, erst sind zwei Connector. Einer ist is Jungle, eine is des. Und Ding! Ohhohohohohohohohoh! What the fuck war das für ne Headshot, man? Das sah nicht wirklich aus, als wäre ich aufm Kopf gezielt, aber okay. nice happy happy hat mich bis jetzt jeder runde mitte gepusht und dann wenn ich aber man es wird nur zehn sekunden gewesen ja jetzt hier sind wir jetzt auch dann flieger fuchs der fuchs hat mir nach haare gelegt ja ich kann es wieder so zurück gleich wieder einsam touché touché ja das war schon mal passiert warum touché touché heißt treffer fechten nicht mehr fechten oder französisch ich weiß nicht mehr wie weiß touché treffer wenn ich jetzt deswegen getötet werden weil der über mich drüber hinweg schießt wenn ich auf die wasen doch haben wir aber nicht doch kommen doch kann man ja dann stelle ich mich halt nicht dahinten hin sondern wie war das ich weiß nicht was du meinst einer stairs und einer sandwich einer sandwich alle kommt direkt zu dir aber es ist ein 3 oder 4 ja aber das bringt mir jetzt auch nichts wenn der letzte auf b ist weil das ist jetzt doch alle fünften alles klar positiv einer hat noch fünf vp und der ist jetzt schon fünf jahre veteran nein also der ist jetzt schon so jetzt wenn nur noch einer hat fünf vp zuerst einfach auf b gehen und einfach so wie wild rumsprayen weil es einfach überall hinscheißen zwei headshots und einen dmd mit fünf vp einfach einen fuß und einen zehennagel genau das war der fünf vp dsg-team rage bahn hat in dieser ziel zum thema noch einer hätte noch 40 shit und einer hätte 17 und 30 ich könnte mir schon wieder voll bei kaufen mariko 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 ich geh erstmal mit dem vierküttchen reißbitten fuck you ich hätte die messern können und ich hab daneben geschossen zwei lund von zwei lund schratt zwei schratt ich hab die runde versaut mann zwei lunde waren vor mich hätte die messer können nein ich schieße es war daneben und drehen sich um der raf auf sich wenn das jetzt auch selbst mit mir umbringen aber auch 50 ich habe echt die runde versaut leute weiß ich stehe ich hinten in die sehen mich nicht rennen durch die smoker ich bin geflascht sehe mich nicht weiß was mache ich erst war daneben schießen sowas ärgert mich ich hätte mehr geld bekommen und hätte die runde nicht so versaut warte mal ich mach mal meine alte position wieder also meine alte im alten team also wie auf wo ich jetzt gerade geflasht gefühlt 50 mal eigentlich wahrscheinlich nur zwei mal ich habe alles abgeschossen ihr könnt auch jetzt mal kommen er hat wirklich alles abgeschossen er hat er hat verweckte er hat alles abgeschossen gehabt also siehst du mich weil mich keiner von euch stk abgeschossen kann boah ich hab dich geschossen und sterst einer kommt von unten hochzeit ja wahrscheinlichkeit dass der durchtriffst ist relativ gering nö nö nicht veräckern krass nice äh Das war ja EU-West. Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay. Hey, der hat einen 3-6-3-4, komm mal. Was machen die denn? Hä? Woher sind die Leute? WTF? Woher sind die Leute? Hä? WTF? Woher sind die Leute? WTF? 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 Unso im ganzen ganzen Chat. Evtl. Ramp. Wo sind die Leute? WTF? Woher sind die Leute? Wasbag? hier dachte sie sich ja cool, wenn sie planten dürfen? ìn sie vielleicht? Halt mich! Was ist? Was ist denn da? Oh, der hat einen Tamat Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Die raus sind jetzt! Guck, Guck, Guck! Guck, Guck! Wtf, war das denn bitte für eine Runde, Mann? Das ist die beste Ron-Ever! 2 aus den... 2 aus 7, 10 aus! Oh, Leute! Die sind echt ausgetimt! Aber das lag nicht daran, dass sie verloren haben, sondern... Jaja, die sind vorher schon ausgetimt! Hä? Die sind jetzt danach... Eine ist während der Runde ausgetimt und einer... Jaja eben. Deswegen standen die alle rum! Es waren noch vier live. Zwei davon haben richtig gespielt. Ja, wir sind die Leute. Wie die beiden echt rausgeflogen sind, Mann. Vor allem genau die beiden, die A stehen, Alter. Wie fehlt ich das denn? Wir gehen weg. Push, 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 push. Push, 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 push. Einer steht in der Smoke. Einer steht irgendwo in der Smoke. Man war mit Push, push. Mann, man zieht sie. Das war ein Weisher. Hä? Hä? WTF? WTF? Wird du mir nicht mal einrunden lassen, wo ich nicht sterbe? Oder was?! Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt, Mann? Ich wollte mal testen, ob man jetzt, ob man ein Headshot geben kann. Alter, wenn die zwei weg sind, haben wir jetzt noch eine Chance. Ich glaube, wir haben die riesig, ja. Boah, guck mal, was das für eine fette Explosion war. Das ist ja fast viel kaputt gegangen, Mann. Das hat sich gelohnt, die ganze Mühe. Ulian. Ne. I'll go away. In der Busby? Mit? Wie? Hä? In der Busby? Äh, er geht A. Äh, was? Nein, nicht der. Orange. Ah, ja. Aber warum? Hä? Aber ich geh doch mit dir, B. Er hat mir geschrieben, äh, I go be with you. Kannst du ihn fragen, ob du gehst. Ja, dann... Ja, dann gehe ich, dann können wir alles machen. Tietim ist ein Eisheben. Tietim ist ein Eisheben. Tietim ist ein Eisheben. Dien ist ein Eisheben. Mein Debs ist... Vor allem hat der Busby-Umbi? Davon erkannt das. Weißt das. Alter. Die haben dann die ne Auszeit verspielt. Ja, aber gut, vielleicht kommt sie auch wieder. Wofür die verspielt? Da sind die Timouts von dem Spiel eigentlich da halt. Ja, aber das ist halt ungefähr, weil die Bombe auffügt. Ja, oh. Ich gehe in die Mitte. Okay 3-B-2-A Ich geh Mitte Heißt, das reicht, voll krass Ich geh Hauen, ey, gut zu mir Was ist jetzt? Also ich geh A, ne? Oder? Ja Schade, okay Buy Grenade Er hat kein Geld für den Kölner Was hat er, was hat er gesagt? Was soll ich machen? Buy Grenade Was ist denn für eine? Was ist denn für eine? Du sollst der HIE eigentlich kaufen Ja, wie soll ich denn der HIE kaufen, Mann? Ich find... WTF Grenade Nichts Mitte A, B Bombe Down, A Bombe A, Bombe A Connector, Connector Wow Der Typ läuft einfach mal weiter Yo! Zwei, äh, einer ist Onspot-Planted wahrscheinlich gleich Einer Connected, einer kommt, ist, äh, bei einer wurde grad durchgegangen Und wieder Onspot Wow, der Typ gerade Und eine Glocke Wow Wow Let's do it for action, oder? Connector, komm Und action Und die Füße J 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 Let's f-b-bui So Eine Horexplosivgranate soll ich kaufen? Nein, 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 nein Was? Das können wir jetzt noch richtig holen Nicht Wo soll ich denn die Horexplosivgranate nerven? Action Wunterschmeiß Also Rampe Ah, ok Boah, das war gut Ah, da ist, ein Watt ist bitte Wollen wir das mit? Nix bei Rampe Mh, gar nichts Warte, Chaos Ist he spawned? Oh, hey It's better, it's better Bombsay Ja, die haben nur noch einen Watt, Alter Easy, easy, easy Ja, das sind genau dann die drei Personen, die wo immer noch leben Oh, und halb ins Spiel Okay Zwei hab ich geholt, der letzte Palace Palace? Letzter Palace, ja Yes Nice Was? Muss ich denn da noch herumspringen? Hat der eine jetzt schon einen Bann bekommen? So, ich hab zwei verschiedene Bombenträger getötet, weil die die ganze Zeit die Bombe aufgenommen haben, nachdem ich einen getötet habe So, erstmal eine GK auf, ähm Samuel werfen Samuel Samuel Pch Alter Tja Das ist das Beste, was uns hier Ich hab Jürgen getroffen Ich werf's da auf Samu und ich hab Jürgen getroffen Wo war, das ist echt nice, weil wir hätten eigentlich die Runde quasi verloren Das Match hätten wir quasi verloren Loll Thanks Sorry I'm clear Was? Base, die Bombe, Base, Bombe, Base, Bombe, Base, Bombe, Base, Bombe Ah man, den wollte ich haben, Fox Ich hab voll drauf gespielt Ja, ich hab nur 1 HP Ich hab da jetzt nicht drauf Ja, dann, dann, dann Ich will kill Moment, ey Fox Ich hab ne Nova, reicht schon Loll Die Flasche hat dich nicht getötet? Nein Achso, Short Nein, vor der Schluss hat er jemanden mit dem Windshot Ja, ich weiß Aber das hat mich voll gewor... Ne, die Flasche hab ich geworfen Weil ich mich noch Rüstung hatte, wenn ich keine Rüstung gehabt hätte, er hat mich getötet Ach maaaann Schade Ich wollte dich, wollte dich getötet mit Ted Flash Weil, wusste ich, dass da jemand Short geworfen hat, er hat mich geschlossen Hä, warum, warum kriegen die denn keinen Bann? Weil die geteilt erhautet sind, also... Ja, die haben aber nur noch eine Minute, oder nicht? Ja, dann lass doch noch ihre Minute Nee, das ist schon länger als ne Minute her Was soll das? Ich will, dass die Spieler tot sind Nein, haben sie noch nicht Na gut, okay Hey Gratite, gratite Gratite, gratite Loll, what the fuck Hohoho Nice, ey Nice Was, fuck Der letzte Sit bei der W... äh, nicht der letzte Noch einer von den beiden Sit bei der Waffe Der beste Name von der Waffe Ich hab ihm auch 88 gegeben, auch noch Beste Name Loll, dann echt noch einer? Okay 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 What the fuck, wie ich eben durchgesprayt hab in der fucking MP7 hab ich eben... Meine Waffe ist Billy Ray Okay Okay Das... cover the bomb Do... Don't push Cover the bomb Do... connect or maybe Ist ja nur ein Bot, ne Schwerz Nein Wenn ich schneller bekommen würde, hätte ich dann vielleicht mal die Timer... oder sieht man das nur mit Team Chat, ob die jetzt wirklich gebannt sind Habe ich grad drei Assists? Habe ich grad alle angehittet? Loll Hahahaha Oder bin ich grad... hab ich's grad falsch gesehen oder hab... Ich hab genau so ein Internet wie ich gehabt Ich hab alle angehittet, Loll Wer braucht was? Nein, ne P250 Ich hab ne 5-7 Ey, 5-7 ist immer noch von der ersten Runde Ich hab P250 Bist du immer noch nicht gestorben, Lools Zeit der ersten Runde nicht? Also Zeit 4-TS-Runde Okay Die Mitte ist ne Scout, die mir gerade irgendwie durch die Mord hat Ich hab schon gegeben, ne? Ja, das ist gut Nein, ich hatte ne... Die Mitte ist halt, jetzt kann ich um Leid offen Deshalb, ihr müsstet mal vielleicht Connector aufpassen, ein bisschen Ja, wenn denn Julian Weil die stehen da, beide sind so dumm Ja, aber die kommen von Ram Da sind ganz viele Nates Die pushen jetzt sofort Die haben sich grad jetzt selber im Pelaster abgefeiert Jetzt pushen die Einer ist schon anspott Keiner pusht, oder? Einer ist auf den von Julian Oh Kürhaler Heißt du hast keiner gepusht Hallo Dana, hieß du Meine комментарien õ ja ich weiß jetzt habe ich sie ja wir sind halt überhaupt nicht zu mir gekommen die bombe ist auf auch mein gott das habe ich nicht mitbekommen ich habe heute nicht mitbekommen dass die bombe auf a ist ich dachte die nehmen jetzt zu b und hätte ich da gewartet aber ich dachte ja ein fehler was ich habe ich habe hier einen angehittert ich habe einen doch durch die wand angehittet fox durch die wand kann man aber niemand in die wand ist eigentlich viel zu dick ich habe aber den auf short habe ich keinen getroffen anscheinend und anders land nice du hast nice angefangen zu sagen bevor er getötet wird zwei stunden und sieben tage ich habe aber 105 gegeben und 178 ich kann gar nicht 3 es ist ein kilo und zwar ist es machte ich hätte letzte auf dich hätte auf die zeit mehr bis 7 spielen sollen nicht die ganze da kamen damit ist gar nicht so schlecht der fahrer ja aber wenigstens haben wir die die runde geholt hoi shiit ramp avp aus scout einer hinter der hinter der hinter der hinter der hinter der ne ramp ist avp aus scout wo ist der dann hin 2 ramp fuck der bot wurde übernommen 36 hit on spot 35 hit on spot on spot konto ist down ich krieg Assists bei leuten die schon tot sind ich hab den nicht angehittet den bot what the fuck hä ich hab den angehittet lol ich hab die lebende person getötet lol aber weil er dann den bot übernimmt multipliziert sich der schaden trotzdem lol wie geil ist das denn also für dich jetzt aber was ist das eigentliche kacke der ist einfach jetzt für die autotacker ja ich bin in der mitte ich bin die autotacker 7 hp 7 hp ich hab grad versucht dich zu nosekuchen kann mir aber irgendwie ne obwohl mit der epi 7 mit kracht gut da liegt's oh fuck ok sag mal dem nico das er nicht kauft nico sei sein boah weißt du jetzt haben die mir beide ne empfiehl gekauft im ernst ja weißt du und da hab ich sogar gesagt ich will auch lieber die mp7 spielen ok ja komm weißt du könnt ihr den nicht zwei milisekunden früher töten können mit instant äh nachdem ich gestorben ist der auch gestorben ist hä hä ach so ich hab schon wieder ich hab auch grad ne sys bekommt für jemand den ich hier angeschossen hab mal mit lautern mit einmal den push tm teleporten und dann auf hier ja blöcke guckt also ich glaube ich hab ihn angehütet wie den push tm ja ja warum denn er hat gerade eben stand in der smoke drin und hat mir in der smoke ein double headshot gegeben ja aber es kann doch auch ein lucky shot sein du hast doch eben auch rausgehauen oder gamer nicht gemacht ja nur das ist nicht das erste mal dass der sowas macht das gibt halt auch extrem lucky bastard muss man sagen also jetzt hab ich auch noch so richtig wenig geld weil ich denn weil ich auch noch dings gekauft hab egal gamer genug ich hab genug ja ich aber nicht und fox macht wieder seine berühmte eco ja ich mach auch jetzt keine eco er macht seine berühmte kaufrunde ja ich mach aber eco das problem ja reicht ja wenn einer wenn zwei leute auf einer seite gekauft haben reicht das ja rand nix ne ist auch gesmoked sobald normalerweise stand immer direkt direkt vor äh doppelt direkt ne vor dem ich glaube es wird b aber die standard sollte man direkt vor ram und ich finde ich anscheinend doch a kann immer ein butt töten ist er hier wirklich palace palace zwei stück sogar noch einer noch zwei ja über direkt über wem auch immer der unten ist ach so was haben wir einfach schon um die eine unten eine oben anscheinend sie müssten zwei palace sein gamer ach zwei palace ja sorry jetzt schieß ok es waren eben noch äh der letzte palace ja ich hab mir wurde gesagt dass unten auch einer ist deswegen bin ich jetzt unten durchgepfuscht und da war keiner ja unten habe ich einen getötet ja du wirst auch nicht wir warten nach hinten in testbahn weil wir haben die bombe hier nicht hä weil die bombe hier nicht palace ja zäh hä ey hä ist echt da war palace da war palace da kann erst ander wat ander wat ander wat gamer erstmal punkte snacken jaaaa den hätt ich fast genauskopet wenn sie die outstaffeln ein ding drin haben hab ich so oft geplantet dass ich so viele punkte hab lol ah nee was ist grad passiert der hat unser mate gefickt nice ey das ist dann mein dritter win in der Folge ich kann mir aber gut vorstellen das ist eigentlich wirklich irgendwie so ein match war eigentlich das match richtig schwer nur dass die Leute dann rauskommen sind holy shit hast du das gesehen ja ich schmeiß die netter einfach mal gegen mich rein ja weißt du hast du die weißt du das so ganz kleines das so ganz kleine abstand dingspumps wo äh du gegenwürfen kannst weißt du genau da gegenwerfen die kommen zurück machen noch einer mit noch einer mit der connector hinter dir noch einer mit der connector hinter dir und jetzt kommt ihr zu aha hat die bombe ist jetzt durch connecte durch der erstes der erstes der erst und was anscheinend auch bei langsam city langsam city langsam city ich verstehe müssen nicht schlecht das gehört der will schon wieder gämmer du bist nicht mehr die main avp kraft das was es machen safe ja sterben beide hauptsache ich guck grad so in mein ich guck grad so in mein kein keiner ich guck grad so ich guck grad so in die konsol und denk mir so cool ich hab jetzt zwei leuten damage gemacht wer mich denn noch damit gemacht shadow let's bid minus 30 ach ja stimmt da war ja was jahre gut kudus er hat sex gesagt naja der hat sex 6 ich hab nur wappen sex aber ja ich glaub wenn zwei leute auf einem an einem punkt ja ich hab den schuss von ewig kait keine woche Julian wie du gestern äh gegangen bist Einen hab ich gekillt, äh, Bombs up. Ja, aber der pusht TM, der ist, der Typ ist komisch. So, wie hab ich denn einen Typen? Ach so, durch die Nade 3 Schaden. Ich dachte grad, hä? Nur noch die beiden Bots und das sind nur noch Happy and West. Happy and West. Und einer ist Action. Happy and West. Okay. Go, go, go. Ja, mal. Schnauze. Ich, ich hab den nicht gesehen, weil da ne Leiche war. Ich hab überhaupt nicht deine Sicht gesehen, ich hab einfach nur... Nice! Hey, wo hab ich da einen Assist? Ach so, das war der Bot, stimmt. Hups. Ich forget es immer wieder. Wir können kaufen, oder? Na ja. Full by. Also geht einer von euch, also Julian, kannst du mal B gehen eine Runde? Okay. Gemma, können wir tauschen? Ich will aber Palace buffen. Oh gut, kann ich auch so machen. Und wieder zurück. Ja, das. Ich will. Ich will. Wow. Zuneinander, bitte. Der schieft durch die Wand schon auf mich. Okay. Okay. Ach so. Okay, nein. Der hat mich auf mich auf die Wand geschaffen, sondern er pusht der einfach. One Palace. Very low. Very low. Oh mein Gott, Alter. What the fuck? Ohohohoho. Es wird ein 15-15 ob wir wollen oder nicht. Oh shit. Es wird ein 15-15 ob wir wollen oder nicht. Die gehen immer A zur Zeit. Ja, die gehen auch die ganze Zeit schon A. Machen wir mal A. Was ist also, wir wollen 1 mal in dem B? Wir wollen uns nur 1 mal in dem B. Oh okay. Wir wollen nur 1 mal in dem B. Okay, okay. Wir wollen nur 1 mal in dem B. Ja, wir wollen nur 1 mal in dem B. Wir wollen hier nicht. Okay, okay. Aber so viel ist langsam unglaublich für jeder unter A gehen, sondern es ist was ist daran unglaublich für alle betreten, naja. Ich will, dass die Mikrowelle fertig ist. Piepst, piepst, piepst. So dann. Oh ja. Das ist doch dann. 1 4 24 ja und langsam glaube ich denn nicht mehr dass die nur auf brüchen gehen 3.300 brauchen wir brauchen runden julian ja aber ich kann ja nichts kaufen ja kommt halt wieder arm 17 hit wow die 1 89 einheit 9 noch elf hp 1.11 HP 1.11 HP Das war 1.11 HP Anderboot Nice, down Anderboot Underboot Anderboot Last ramp Das mach! Oder nimm 4 Just wait for him Wo ist deine AK? Wo ist deine AK? Wo ist die Bombe? Ja, genau Leider nicht gesehen Er ist mit Einfach warten, oder? Haben wir die Bombe? Ja Nice Das war Bot Aber er hat mich eben auch mal wieder gewundert Also wir müssen jetzt auf beide Runden Och ich hab wieder nur 3.300 Mindestens eine Julian Jaja klar, mindestens eine ist klar Danke Schild Fox Aber nicht so viel kaufen Das kann ich mir noch leisten Come on come on chop chop Come on come on chop chop Das ist extrem spannend dieses Spiel Beziehungsweise sind wir gegen 2 Bots Ja Ramp ist nix WGNB gewinnt WGNB gewinnt Keiner auf A Anna hat Connector gerade durch die Smoke schon wieder geholt Auf A? Nein Flush TM Nein Bomb down B Zu Gott, zu Gott, zu Gott Okay Ops, Schild Lass noch Schild Wir haben ja eine AWP Der ist gerade gekoet mit der AWP Deshalb hab ich mich zu fachen Hab gefast Wow Katt zu spät Er ist noch einer Schild Lass noch Schild Lass Sight Nice Okay, die müsst ihr jetzt gewinnen Wir müssen einfach die Bots pushen Stimmt Okay Weißt du was? Funktioniert denn nicht In der selben AWP Okay Zum Fall nehm ich die AWP Keiner die AWP, sonst nehm ich die Wir müssen einfach die Bots töten bevor Push der AWP stirbt Das ist Push der AWP Schilder schnell Schilder Soja Er war genau zu push, gleich spiel ich Yo, fuck Fuck, Push der AWP ist tot Nein, der war direkt neben mir Unspot Nice Action Action Einer Sandwich Sandwich Nice Nice One Das wir das noch gewonnen haben extrem nice Alter das haben wir auch extrem schwere spiele Obwohl die Bots raus, obwohl die spieler raus waren die Bots Weiß ich nicht Ne Ne steht nicht Würde ich sagen das war's für diese Folge Werte gefallen hat das Wurde seid nun da und Tschüss Das war extrem nice Sorry Sorry